Da steuert das Wasser drinnen, auf dem Becken, aber das fällt zusammen, von unten her taucht er immer schneller ab. Das ist ja nur ein Becken, wo sich die Lawine sammelt, mit schiefem Material, feines. Das hat der Regen ausgewaschen, es schneit ja nicht mehr, es regnet ja bis 3.500 m auf. Da muss der die Gletscher tauen. Dreh ein Stück rausgelocken, die Spitze. Dreh ein Stück rausgelocken. Dreh ein Stück rausgelocken. Dreh ein Stück rausgelocken. Dreh ein Stück rausgelocken.